so hier ist eine frage warum kommt fast keine videos mehr ich habe wer hat angewartet ja weiß ich nicht was was ich aufnehmen soll da frage ich mich auch willkommen zu einer neuen folge zum video schluck auf die wir gehen wieder zu schluck auf die weil ich bin hauptschule siebte klasse gucken mal was wir heute machen so mathe deutsch warum deutsch englisch können ja jedes wach durchgehen aber fangen wir an mit biologie so das habe ich noch nie mal gemacht also musik vielleicht mathe man sieht ja wie schlecht ich bin deutsch grammatik englisch grammatik ergänze die die beste die besten die besten machen abkürzung nummer so völlig simpel das thema habe ich aber nicht ergänze der der große hund da guck ich nur dass wir alles zum handy auch ist auch egal wenn sie jemand dann guckt doch nicht das video wenn ihr darüber beschwert der löffel diese dieser löffel ja guck vielleicht gucken wir sogar mit einer 1 note dann kommt bald wenn da wenn ich jetzt die ganze 1,0 habe kommt von heute bis nächste woche jeden tag ein video so ja okay ihr könnt das hat nicht sehen aber für euch ist es bestimmt der 12 bei mir ist der 11 wie ändert einen frage satz mit fragezeichen da mache ich jeden tag ein video wenn ich mit 1 bin er findet die wörter koche kocher eier man sagt das ergänze sinnvoll hier soll man nicht rauchen ok ok wenn wir jetzt mit einer 1,8 oder so abschließen ergänze für dann mache ich trotzdem jeden tag ein video finde die wörter bahnkegel vielleicht können wir es aber hin warum bin ich jetzt so schlecht ich gehe ganz ins kino denn es ist ein anderes finde das w-werb schreiben ist das verb bären stark so ergänze das satzzeichen hast du jenny gesehen nimm ergänze sinnvoll nimm das gelbe aber abkürzung doktor das ok ich mache trotzdem ergänze an der tafel steht wie ja steht das mit 2,6 das ist doch viel besser als bei diesen bio viel besser diesen schlimmsten bio weil wir können auch mal den alle nato spielen können auch mal den annick akinater spielen ja lass uns mal nicht an china akinater dann den suchen wir werken kaluten den werden wir mal suchen spiele die figur natürlich ist ja so so jetzt mal auf den paluten finden trägt deine figur weibliche kleidung sein oder in deutschland runter oder er durch ja und suchen wir nicht weil ich wird bestimmt nicht aufgetaucht vielleicht können wir das gleich noch machen ist ja ist er später er spielt michael wird ja nein 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 ja ja ich denke ich hatte er weiter nein ich weiß ich weiß es nicht wahrscheinlich nicht spiel deine figur er hat mal an kinater gespielt seine alten folgen kommt deine figur in michael teilen das castro 44 ist ein figur mitglied in einem youtube nein ja er spielt schreibt ja ok er wahrscheinlich machen bestreitet deine figur turniere nein hat deine figur schon ja klar ja er lebt jetzt in münchen ja 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 paruten paruten haben sie kommt dann versuchen ob wir mich jetzt finden weil ich bin ja nicht bekannt aber lass uns mal versuchen trägt deine figur weibliche kleidung nein wohl ich bin wahrscheinlich nicht ist ja ich bin kein rapper so berühmt bin ich jetzt auch nicht ich mach mal wahrscheinlich ist ein figur durch musical bekannt nein natürlich nicht nein ich bin nicht älter als dachte ich hat ja natürlich ich nehme gerade mein handy auf kennst du deine figur kenne ich mich selber stammt eine figur aus seiner familie ja disney film habe ich nicht mit gespielt ja er so alt wie ich ja hat der polster was ist das für eine frage hat der figur künstliche nägel habe künstliche nägel war deine figur schon einmal nicht war noch nie japan hat deine figur mehr als neun nein trägt dafür auf weiß ich trage nicht so oft weiß hat deine figur schon mal aus und ab nein ist eine figur mit einem youtuber zusammen nein ich bin nirgendwo mit jemandem zusammen wo dann ich wohne ich in hannik wo ist das überhaupt hat singen dein schatten ja das ist komplett richtig also wir haben jetzt so viel schon gemacht ich denke das war es jetzt mit der folge sie sehen uns morgen bei der nächsten ich glaube morgen kommt auch was ich versuche jetzt hinter dem video daraus bringen wo ich will schultext machen oder alternator also wenn es euch stört dass ich mit handy aufnehmen dann guckt bei guck bei den typen guck bei bus omzi tv vorbei ich verlinke ihn vielleicht unten wenn ich lust habe vielleicht habe ich keine lust und also schönen tag